Oh, so geht das! Ich finde dich, Jeff! Und dann was? Es reicht! Oh, ja, nichts da. Jetzt bist du dran! Hab dich, das war's! Endstation! Hast du mich jetzt flachgelegt? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaub, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen? Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeballqueen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, gib dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Einer atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hierbleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Hm? Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind in der letzten Sitzung. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Dieses Mal versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Und ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Genau. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank. Ich habe dich erschreckt. Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Versuche es etwas schneller. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Kakerlaken, Zombies und Crème. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon. Sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu... zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Man, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Ach komm schon, du warst so oft hier, für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du hier mal für ein paar Handymasten. Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Jo, jo, jo. Steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Hey. Geht's hier gut? Muss echt hart sein, ohne deine Schwester. Ich hab... Ich meinte nur, dass... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir ne schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt. Das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaub nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey. Nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Ähm. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Hm, gut, Noah. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie ne Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Hey. Lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flach legst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Was? Lässt du das vielleicht mal sein? Lass ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Tch. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Schon gut, schon gut, kapiert. Wow. Ich hab' nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Hm. Ja, ja, ja. Das nenn' ich ja mal clever. Sehr gut. Oh. 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 Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. Äh, war ich das? Ich glaub' nicht. Hier. Nimm das. Oh, Chris, ich hab' gerade eine Wahnsinns-Idee. Ja? Absolut. Äh, lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab' noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutz doch das mit dem Feuerzeug. Äh, ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, man. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt versteh' ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja. Die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und usch. Pfff. Bye-bye verheißt das Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durch Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ich schau schnackt das nicht. Bingo. Ich muss schon mal die Anlegung durch... Ich schaff' dich. So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? So, was war das denn? So, was haben wir denn hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So ein Trick! Ah, perfekt! Wir frieren doch hier draußen! Danke, danke, danke! Die Show läuft die ganze Woche! Ah, shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt! Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas! Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, viel Fraß! Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein! Home, sweet home! So würde ich das nicht ausdrücken! Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein! Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist! Ich mach mal Feuer an! Hier hat sich ja kaum was verändert! Es war niemand hier oben! War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los! Was geht, Party People? Hey! Hey! Ich fühl dich wie zu Hause, Bro! Klar doch! Ja! Komm doch rein! Mach's dir bequem! Nimm dir, was du willst! Aber das machst du ja sowieso! Stimmt's? Wow! Ganz ruhig, Cowboy! Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen! Durch das Teleskop! Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen! War ne Weile her, deshalb haben wir uns umarmt! Ist das verboten? Ähm, klar! Ja, klar! Bestimmt war das alles! Weißt du was? Denk doch, was du willst! Ist mir egal! Pass bloß auf, Mike! Oh mein Gott! Das ist so eklig! Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Ähm... Im Ernst jetzt? Durch Schauberer geht's ja bald nicht mehr! Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen! Entschuldige bitte! Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte! Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen! Glückwunsch zur schönsten Kuh! Nein, wie kreativ! Nennt Miss Homecoming eine Kuh! Hey, du verdippst allen hier die Partystimmung, Jess! Eifersüchtig! Emily lässt dich wohl auch nicht ran! Hey, das... Das ist echt nicht... Äh, hör! Von mir aus! Es ist mir sowas von egal, was du denkst! Wenigstens kann ich denken! Jahrgangsbeste Einsatzzeugnis! Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt! Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat! Oh, bitte! Du könntest nicht mal schimmliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch! Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas! Jessica, halt endlich deinen Mund! Okay? Nein! Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss! Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe! Machen wir endlich ernst! Ich bin nämlich mehr als bereit dazu! Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen! Das hilft uns nicht! Das ist nicht, was ich wollte! Okay! Ehe wir uns nach zehn Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, zieh dir doch mal die Gästhütte an, von der ich dir erzählt hab! Ja! Ja, okay! Willst du mitkommen? Hauptsache, weg von dieser Uhre! Sie legt ein Stück den Weg hoch! Soviel dazu! Ja! Also, Josh, ähm, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Hä? Meine Tasche! Die, äh, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive! Matt, äh, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast! Was ich mein, äh, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt! Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke! Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauch meine Tasche! Oh mein Gott, ähm, vielleicht hast du sie nur vergessen! Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, ich... Glaubst du's? Schätze nicht? Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben! Komm mit, Schatz! Wir sind bald zurück! Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm! Okay! Okay! Okay, dann los! Okay, ich nehme jetzt ein Bad! Im Exil! Im Sex-Sil! Nichts dagegen! Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst! Falls wir jemals ankommen! Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite! Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher! Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier! Pornostar? Ich würde es mir ansehen! Äh, Igitt! Sorry für den kleinen Rausschmiss! Ist okay, Mann! Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie! Mhm! Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen! Puh! Ach! Oh, fast vergessen! Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht! Ist dunkel da draußen! Okay! Verstanden! Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet! Okay! Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was wirklich? Was? Nein! Was? 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 Was?